Ich war nur für kurze Zeit in meinem eigenen Verstand gefangen. Aber die Welt hat sich völlig verändert. Kabale und Eliksni, die Seite an Seite mit Hütern stehen. Ich mache mir Sorgen, ein Überbleibsel einer vergessenen Zeit zu sein, die an Relevanz verliert. Wird es für Rasputin auch so sein? Wenn er wieder hergestellt ist, wird er zum zweiten Mal die Konsequenzen einer Katastrophe erblicken. Ich glaube, ich verstehe ihn jetzt. Wenn auch nur teilweise.